Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Weekly Chess Opening Video hier auf meinem Kanal mit eurem Brot, meine geliebten Community an. Nun gucken wir mal rein, was wir hier Schönes ziehen. Letzte Woche hatten wir so Leas Geheimtechnik drin. Jetzt bin ich gespannt. Waffen, Schultern und Rücken. Ja, da haben wir jetzt natürlich... Ja, jetzt können wir gucken. Waffe braucht man leider nicht, weil das ist so hart jetzt. Das tut schon weh. Okay, Schultern haben wir 3-4. Dementsprechend werden wir uns den Rücken angucken, anlegen. Erhöht die Heilung eurer kritischen Heileffekte um 3%. Das wäre natürlich einfach das Einzige, was wir hier brauchen können. Werte sind okay, da haben wir nichts anderes. Schade Marmelade, da haben wir eine Waffe gezogen. Das ist jetzt echt hart. Wenn man jetzt sieht, jetzt hast man hier eine 3-4er Waffe und denkt sich ja eigentlich, okay, die könnte man ja nehmen. Also wenn man jetzt Fury spielen würde, wäre die natürlich schon gut. Da wir so gut wie nie Fury spielen, ab und an mal lohnt sich das Ganze natürlich nicht. Wir haben hier jetzt ein Tazawash, wundersame Straßen auf 24. Das ist die Woche, glaube ich, auch ein ganz netter Key. Da werden wir auf jeden Fall mal reingucken. Alternativ einfach mal so gucken, was wir da bekommen. Zack, wir ziehen den Rücken natürlich direkt an. Sieht sehr hübsch aus. Ja, ich hoffe auf jeden Fall natürlich auch, dass ihr guten Loot in eurer Weekly Chest hattet, beispielsweise noch haben werdet. Ich drücke euch da ganz, ganz, ganz dolle die Daumen, dass ihr da was Gutes drinne habt auf alle Fälle. Ansonsten bleibt alle gesund, bleibt alle munter. So soll das Ganze natürlich sein. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support hier auf diesem Kanal und auch auf meinem Twitch-Kanal auf alle Fälle. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Kann man nicht auf genug sagen. Ansonsten bin ich nun auf jeden Fall raus. Haut da rein, euer Brocken.